Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Kirby Planet Robobot in Weltfielia Oasen Odyssey. Jetzt fangen wir an mit dem ersten Level. Zubidubi, Kubitubi. Ist das ein Mixer da hinten? Okay. Okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Gabel mit... Ich dachte, ich bin nervös hier. Ich habe nicht. Wo sind die Spaghetti Gabel? WDF? Scheiße. So. Okay. Hm. Oh. Oh. Walzen. Der geplättet mich jetzt, aber... Okay, schön. Ähm, hm. Immer so das Gefühl, dass hier immer vielleicht ein Secret sein könnte. Wo? Nee, hier ist nichts weiter. Hm. Ja, aber... Hier ist ein Sticker. Hier ist ein Krassballer. Aber sonst ist hier nichts weiter, ne? Nö. Okay. Hier ist eine Batterie. Mhm. Hm. Hä? Ich glaube, die brauchen wir jetzt später, weil... Sonst können wir hier ja nicht weiter. Ich glaube, wir brauchen den Roboter. Überweg, du Knackler. Und dann? Okay. So Hier haben wir die Batterie Okay Bumerang Ja, boom, 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 boomerang Okay Das ist also mit der Absicht Hier Oh Scheiß, Dreck Hab ne Idee Wir legen den hier hin Versuch den zumindest da hinzulegen Den fliege ich hier rüber Mal gucken, ob ich da jetzt mit dem Lasso rankomme So Scheiße Wie weit kann er anspringen Nicht so weit Scheiß, Dreck Ich glaube, wir müssen das nochmal machen, weil wir scheiße gebaut haben Ja Ja Oder machen sie das so Weil Das wär eh nicht gut gelaufen Ach, geh mal weg hier Kämpfer Oh, das ist eine ganz gute Coole Attacke Hier ist auch nochmal so ein Teil Das sollten wir uns hier auch nochmal anschauen Ist ganz gut, dass wir jetzt hier gestorben sind Finde ich So Roboter an So Das ist alles weg Vernichten Das wird aber hier lassen Nehmt euch kein Beispiel an mir vorhin So Jetzt gehen wir hier zurück Und jetzt können wir ganz normal Weiter gehen Ohne uns Augen machen zu müssen So So Da oben war noch was Ah, dann müssen wir mit dem Roboter wieder zurück Mhm Scheiße Egal So Jetzt haben wir schon mal den ersten Roboblock Aber Ich möchte schon gerne wissen, was dort wäre Das würde mich nämlich ein bisschen interessieren So Was bringt das? Kommen wir da mit dem Stern irgendwie zu? Tadaka Oder? Warte mal Warte mal Mal weg Ich verstehe das jetzt nicht Oder vielleicht sollte es jetzt als Hilfe dienen Kein mir das aber auch nicht vorstellen Nee Nee, gerade Gibt es hier noch irgendwo Eine Plattform? Beziehungsweise gibt es hier noch Irgendwas Wenn man sich nochmal schnell rüberporten kann Sieht schlecht aus Dann keine Ahnung Was das hier noch mal weg Was das zu bedeuten hat Das kann ich euch denn nicht sagen Das ist ein Blutfleck? Achso, ne Das wäre schon krass gewesen Für ein Carribeck-Gang Bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl Blutfleck Wäre schon heftig Wäre schon echt heftig Hm Ich wollte mich jetzt Nur mal umschauen Was hier wäre Hier ist gar nichts weiter Man kann gut Abkürzen Aber ich sehe gerade da eine Bonus-Tür Hm Achso Dachte, wir hätten das Getyped machen sollen Oder so Aber das ist aber Ziemlich simpel Ja gut Ja Muss doch nicht immer Schwierig sein, ne Oh Okay Haben wir den Zweite, der zweite gewesen, ja Ja, warte Okay Oh Mann Geh mal her Ich will mal ein Doktorspielchen machen Sack Erstmal mit Pillen Die brauchen die Heutzutage Die 13-Jugendlichen hier Wenn ich verstehe, was ich meine Besonders die Mädchen Egal Ähm Ups Das geht ab wie ne Dampfweite hier Oh Boah Woher ist aber der Planet Aller Vater Wollte mich eigentlich Rollen Oder Roffeln Oder Da ist doch ein Secret Das sehe ich doch Mal runter Da Da haben wir einen Roboter Das Steilfähigkeit Ja, hallo Jura Jetzt geht's ab Ähm Ja Da ist ja irgendwie rüberkommend Ach, da ist ne Röhre Okay Gut Haben wir ja doch alles geschafft hier Mal ein bisschen geheilt Oh, Block Robin Hood noch aufgesaugt Und dann Durchsicht Gut Ha, scheiße Mann So, was haben wir denn heute gekriegt Im ersten Level zumindest Können wir schon Feuerlöwe Kirby ist Superstar Ultra Okay Irr So, Nummer 2 Los geht's Hi Hi Ui 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 Okay Wahnsinn, für Capes, die nicht mehr nötig Müssen sie hier Okay Egal Die haben aber Hunger Aber so Brennen wir schon Oder so Genau Scheiße Ah, die ist Talung Das merke ich jetzt erst So Okay Weiter geht's Im zweiten Abschnitt 15 Minuten haben wir gerade Ui Boah Da 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 Gehen wir aber in der Flöten hier Warte mal So Ach so, es gibt Ups Robo-Block ist aber richtig Überlebenswichtig Oh nein, oh nein, oh nein Schaffe diese Dinge Für mich damals Ja, habe ich aber schon Wahrscheinlich schon erklärt, ne Ähm Nichts weiter Schönes, sondern im Hintergrund Okay Ich dachte, da wäre ja jetzt was Jetzt ist die Lassen Hol das Lassung Wir spielen kaum bei und sehen Oh nein, oh nein Oh nein, oh nein Oh nein, oh nein Oh nein, oh nein Dein Homer Toxibovos Ja, das kennen wir ja schon Das ist ein E-X-Level Na Gift Na da wird darauf kannst du gift nehmen ja da haben wir uns dicke nee was müssen wir denn da machen wir sagen aber darum muss das bekommen haben überleben muss dann kannst du das bestimmt auch so machen krass alter wie weit geht es nach oben wollte eigentlich warte mal was denn hier jetzt wisst ich nicht was hier anfangen ist und was endet das ist der buch scheiße hier ist auf jeden fall eine bonustür was haben wir denn da schildert das ist eine schatzkiste okay also wir müssen hier anfangen mit gift 2 ok moment mal habe ich schon hier sehen gut herrlich sei denn da alles gut ich weiß ob ich da jetzt runter darf ohne zu sterben ich darf nicht runter ok was sind da oben gar nichts Bio ist Abfall ich kann mir gut vorstellen dass sie ein Goldeneil-Sticker ist mhm mhm Alter trau ich mich auch nicht weiter ich Angst habe dass da oben schon der Tod kommt ah da oben ist da bestimmt was ja das ist der dritte Roboblock ja das habe ich mir schon fast gedacht ah nur fast so gut 20 Minuten schaffen wir noch ein Level fuck Logo cool Logo cool Meta liked kommt bestimmt auch noch vor in diesem Spiel eh Pyramide 21 Minuten wird knapp wird knapp vorsichtshalber sage ich dann einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen bei Let's Play Kirby Planet Robobot ja macht halt gut bis zum nächsten Mal haut rein Leute und tschüss 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 tschüss